Herzlich Willkommen! Grüß euch zum neuen Huawei Blog Video. Heute mal, ihr habt es im Titel bestimmt schon gesehen, ein bisschen was anderes. Heute geht es nicht nur um Huawei, es geht um ein Gerät, das auch von Huawei angekündigt worden ist, also eine Art von Gerät und es hat alles ein bisschen mit auch diesen Geräten hier auf dem Tisch zu tun. Alle Geräte brauchen Strom oder geben Strom. Was wir uns heute mal anschauen, ist eine Power Station. Ihr werdet es bestimmt schon gelesen haben, vielleicht bei uns auf dem Blog, vielleicht auf irgendeinem Blog von den Kollegen, Huawei Central zum Beispiel. Huawei hat auch eine Power Station rausgebracht bzw. vorgestellt. Aktuell in Deutschland noch nicht verfügbar. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird, dass auch diese Power Station in Deutschland verfügbar sein wird. Wir schauen uns heute eben eine andere Marke an. Diese Power Station ist von der Firma Bluetti oder Blüti oder Blue TTI. Ich weiß es nicht. Das ist ungefähr so ein Ding wie bei Huawei. Die coolen Influencer sagen Huawei. Ja, auch in China sagt man Huawei zu Huawei. Hier in Deutschland hat man sich aber auch auf den Begriff oder auf die Aussprache Huawei geeinigt. Wie gesagt, wie es mit Bluetti ausschaut, ich weiß es nicht. Vielleicht sagt man Blüti schweizerisch. Ganz egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir oder andersrum, ich würde sagen, das Training der letzten zwei Monate bei mir hat sich bezahlt gemacht, weil ich kann jetzt hier und heute das Ding hier dann auspacken. Es ist nicht das leichteste. Wie ihr seht, es ist auch ziemlich groß. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an und packen wir das Ding aus. Ja, dann schauen wir uns mal den Power Oak Bluetti EB70 an. Was steckt alles im Karton? Was ist? Eis.de ist nicht in der Kiste. Es ist ein Power Oak Bluetti Umschlag. In diesem Umschlag sind... Oh, eine Warnung. Keep Power Station out of direct sunlight. Und dann noch auf Japanisch. Okay. Dann haben wir die Garantiekarte, die obligatorische und das User Manual. Eine 716 Wattstunden Portable Power Station. Hier sieht man schon ungefähr, wie die ausschauen wird. Und im User Manual, das nehme ich auch gleich schon mal vorweg, steht drin, wie man sogenanntes Solar Charging macht. Das heißt, man kann die Power Station auch mit sogenannten Solarpaneln verbinden, die die dann mittels Sonnenlicht aufladen. Der LCD Screen Guide und Frequently Asked Questions. Wie mache ich die Power Station sauber? Wie bewahre ich die Power Station auf? Wie weiß ich, ob mein Gerät mit der Power Station arbeitet? Und wie man die Garantie in Anspruch nimmt? Quality Control Pass. Das finde ich sehr schön. Dann, was ist noch drin? Hier ein kleiner Karton? Ist das schon eine Power Station? Nein. Was ist hier drinnen? Hier sind die einzelnen Adapter. Was man vorher schon gesagt hat, gesagt habe, dass man die auch braucht für die Solarpanel ein Kabel. Dann der Zigarettenanzünder. Pfui, hoffentlich nimmt den keiner mehr im Auto her. Also den Zigarettenanzünder zum Anzünden von Zigaretten. Dann ein ganz normales Stromkabel. Das brauchen wir dann hier für den Adapter. Und zwar geht es dann hier rein. So, geht ein bisschen schwer. Genau, und hier ist dann der Stromanschluss für die Power Station. Das heißt, mit dem Ding lädt man dann die Power Station. Weil, sehe klar, irgendwo muss der Strom ja kommen. Und der kommt halt dann aus der Steckdose, wenn man kein Solarpanel zur Verfügung hat. Gut, das waren dann die Kabel. Dann schauen wir mal, wie denn die Power Station an sich ausschaut. Die Verpackung nochmal weg. Okay, Wireless Charging sieht man hier schon. Dann Power Lift, der Power Station. Schwerer Ding. Übrigens, das Ding wiegt zwischen 9 und 10 Kilo. Was mir auch immer wichtig ist, wie riecht so ein Teil? Weil, das riecht jetzt gar nicht nach Plastik, wenn man hier auf der Öffnung, das ist so eine Lüfteröffnung. Hier sieht man den Fan, also den Lüfter dahinter. Wenn man da rein riecht, riecht es ein bisschen nach Elektrik. Aber das Ding selber riecht gar nicht nach Plastik. Und das ist sehr schön. Die Verarbeitung der einzelnen Verbindungen, der einzelnen Ritzen. Ja, so vom ersten Anschauen her passt es. Unten, damit es nicht wegrutscht, ist nochmal so ein Gummi-artiges Plastik verbaut. Dass es auch einen sichteren Stand hat. Genau, hier ist der Haltegriff. Wie gesagt, 9 Kilo. Gar nicht mal so leicht. Und jetzt drehen wir es mal hier auf die Seite. Damit man das auch schön sieht. Hier zwei 220 Volt Anschlüsse. Hier der Zigarettenanzünder. Dann zweimal 5 Volt 3 Ampere Ausgänge für USB und dann auch nochmal zwei für USB-C. Eine Lampe. An. Mehr an. Und blinken. Ihr seht, die blinkt. Dreimal kurz. Eins. Zweimal lang. Dreimal kurz. Ich habe tatsächlich beim Hersteller nachgefragt, ob das ein SOS-Warnsignal sein soll. Die meinten, ja, ist es. Tja, haben sie sich ein bisschen vertan leider, weil das internationale Morsesignal ist. Dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Was wiederum heißt, es ist jetzt nicht wirklich ein SOS-Signal. Aber der Hersteller hat mir auch versprochen, die werden das bei der nächsten Charge ändern und werden eben auf das internationale Morsesignal dann umschwenken bzw. das dann richtig machen. Genau. Hier sieht man auch schön die Anzeige. Die schaltet sich ein, wenn man auf den jeweiligen Output-Knopf drückt. Also wie gesagt, entweder die Lampe, die zwei 220-Volt-Steckdosen oder eben hier das Panel mit den USB-Anschlüssen und den Zigarettenanzimmer. Man sieht auch, wenn man das einschaltet, hier, dass ein kleines grünes Lämpchen blinkt bzw. sich anschaltet. Mal mal aus und wieder an. Hier sieht man dann eben, was für Panel bzw. Abschnitt auf dieser Power Session gerade aktiv ist. Jo, ich würde sagen, wir probieren es jetzt noch kurz aus. Ich mache mal alle aktiv, außer die Lampe. Und probiere es gleich mal mit meinem Huawei Mate 20 Pro, dass ja Wireless Charging hat, ob sich das auch laden lässt. Und ihr seht, wenn ihr hier oben nochmal schaut, dass es sich ganz easy Wireless Charging laden lässt. Genau. Dann probieren wir das nächste aus. Wir stecken einfach mal den Supercharger, den Huawei Supercharger, in die 220-Volt-Steckdose. Ich klasse es mal hier so auf die Seite, schließe es dann eben auch wieder an. Und auch hier seht ihr, es wird mit Supercharging geladen. Jo, nice. Dann das nächste Gerät, das MatePad. Oh ja, es wird geladen. Ja, es ist jetzt nicht wirklich so enthusiastisch, wie ich das jetzt so rüberbringe, weil es ist eben genau das, was das Ding machen soll. Es soll halt einfach aufladen. Dann schauen wir nochmal hier auf den USB-Adapter. Passt auch, wird auch geladen. Was allerdings dann nicht funktioniert, ist die Supercharging-Funktion. Also wenn ich jetzt hier nochmal mein Mate 20 Pro anschließe, dann seht ihr, es wird normal geladen und nicht Supercharging. Hier nochmal im Vergleich. Ich stecke es an Supercharging an. Dann seht ihr hier Supercharging und es geht doch um einiges schneller. Supercharging auch immer gut zu erkennen an dem Doppelblitz. Gut, ja, also es lädt. Das ist das, was es machen soll. Wir schauen jetzt nochmal schnell, wie es sich denn anhört, oder wie sie sich denn anhört, die Powerstation, wenn sie selber geladen wird. Gut, dazu nehme ich jetzt den Adapter. Okay, der riecht jetzt nicht ganz so gut. Das Elektrische da drin. Also da vielleicht auch vor der ersten Verwendung im Freien erstmal auslüften. Puh, ich mache das Ding hier schnell auf. Stecke das bei mir an den Strom. Und dann mache ich es hier noch schnell auf. Und dann bin ich echt selber gespannt, wie laut denn so ein Ladevorgang von so einer Power-Occluetti-Station sein wird. Hier ist der Input. Hier stecke ich es rein. Und dann schauen wir mal. Input. Da tut sich jetzt erstmal... Tja, Rainer, du solltest die Steckdose auch anschalten. Ihr hört es schon. Es startet ein Lüfter. Zuerst hier am Adapter. Dann auch direkt an der Powerstation. Und ja, jetzt bin ich mal leise. Dann könnt ihr mal hören, wie denn das Ding sich anhört. Hier, ups, hier seht ihr auch die Stromaufnahme, also wie viel Watt aufgenommen werden. Aktuell sind es 190 Watt. Hier, wie lange das dauert. Ich habe jetzt natürlich, also wo wir jetzt nicht wie lange das dauert, sondern wo wir aktuell stehen. Ich habe jetzt natürlich nicht gemessen oder geschaut. Wie gesagt, das handelt sich ja nicht um einen Test, weil ich selber, ich persönlich brauche das Ding auch gar nicht. Ich bin weder Camper noch bin ich... Mit dem Alter kommt es einfach, finde ich zumindest, dass man halt dann irgendwie, ja, die Gemütlichkeit eines Hotels bevorzugt, anstatt jetzt in einem Camper. Natürlich gibt es auch einen Camper oder in einem Zelt. Natürlich gibt es auch Camper, die luxuriös ausgestattet sind, aber die kosten auch dementsprechend Geld. Ein Arbeitskollege von mir hat sich tatsächlich mal einen richtig geilen Camper gekauft. Der hat aber auch den Wert von einem, von einer kleinen Wohnung. Also, ja, muss jeder für sich selber wissen. Was ich noch dazu sagen wollte, von der Lautstärke her, das war jetzt ungefähr so wie der Föhn auf kleiner Stufe. So laut war das Ding. Also man hört es natürlich schon, stört es. Ja, es stört, aber das Ding kann man natürlich auch in der Garage laden oder im Keller laden, wo man es eben nicht, und nicht neben dem Kopf am Bett auf dem Nachtkästchen. Gut, ihr könnt mir natürlich Fragen zu dem Gerät stellen. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt wirklich, sorry, leider nicht so gut aus. Ich weiß jetzt auch nicht, mit den ganzen Stromstärken und so irgendwas, ich bin kein Elektriker, keine Ahnung. Ich wollte es euch einfach mal vorstellen, einfach nur im Hinblick auf, dass das Huawei eben auch so ein Gerät mal vorstellen wird. Natürlich, das muss man auch sagen, habe ich jetzt am Anfang vergessen, blende ich aber dann noch ein, das Gerät ist uns vom Hersteller Power-Up Bluetti zur Verfügung gestellt worden. Also das habe ich mir jetzt nicht selber gekauft, sondern ich habe mir das dann eben organisiert bei Bluetti und die haben mir das kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach dem Test geht es halt dann auch wieder zurück. Gut, ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt nochmal kurz was über die technischen Spezifikationen des Geräts. Und nach den technischen Spezifikationen machen wir einen kleinen Outdoor-Test, nehmen das Ding mit runter. Und das war die Überraschung, die ich euch am Anfang angekündigt habe. Schauen wir, ob das auch dann so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, also schauen wir uns die technischen Spezifikationen an. Ja, und hier die technischen Spezifikationen der Power-Up Bluetti EB70. Die Batteriekapazität liegt bei 716 Wattstunden. Der Batterietyp ist ein LIFE-Po4, also Lithium-Polymer-Akku. Dazu haben wir ein Output, zwei AC-Ports, 230 Volt mit 1000 Watt. Ein K-Port, also sprich den Zigarettenanzünder mit DC, 12 Volt, 10 Ampere. Zwei DC-Outputs mit 12 Volt, 10 Ampere. Das sind die Rundenstecker. Zwei USB-A-Outputs, 5 Volt, 3 Ampere. Zwei USB-C 3.0 Outputs mit 100 Watt. Der Wireless Charging Pad oben auf dem EB70 mit maximal 15 Watt. Dann haben wir noch das LED-Licht mit dem sogenannten SOS-Flash-Mode. Wie gesagt, da müssen sie noch ein bisschen nachbessern. Dann haben wir einen Input von 12 Volt bis 28 Volt MPPT, 200 Watt maximal. Die Abmessungen von dem Gerät sind 32 cm auf der längsten Seite, 21,6 cm tief und 22,1 cm hoch. Und das Gewicht liegt bei 9,7 Kilo. Den Preis wollen wir bestimmt auch noch wissen. Der liegt aktuell bei, also auf der Power-Roc-Seite bei 683 Euro. UVP ist 759 Euro. Jo, das war's mit den technischen Spezifikationen. Wie gesagt, solltet ihr noch Fragen haben, einfach ab damit in die Kommentare. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir unsere Jacken an und starten wir den Outdoor-Versuch. Draußen regnet es, deswegen die Regenjacke. Das ist natürlich eine coole Huawei-Regenjacke. Okay, dann packen wir das Ding und ab dafür. So, jetzt stehen wir hier im Regen. Der perfekte Outdoor-Test. Das Ding ist, hoffe ich zumindest mal, wasserdicht. Ich hole jetzt schnell mal Kabel und dann probieren wir, ob wir das Elektroauto mit dem Ding laden können. Also, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Abgehen, die Post. Es lädt nicht, es lädt, es lädt nicht. Wir schauen mal rein. Ins Auto. Es lädt. Es lädt nicht. Okay, also das funktioniert noch nicht hundertprozentig. Gut, dann. Fazit vom EB70 Bluetti Power Oak Power Station. Ich hätte eigentlich gemeint, dass man das Elektroauto oder mein Elektroauto auch laden kann. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Da werde ich mich auch noch mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Grundsätzlich funktioniert das Ding. Es ist entsprechend laut, leise, je nachdem. Es kostet über 600 Euro. Für mich persönlich wäre es tatsächlich nichts. Aber ich denke mal, für Camper oder für Schrebergartenbesitzer ist das Ding eine entsprechende Investition. Ich weiß jetzt auch nicht vergleichbar. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie Huawei oder was Huawei seine Power Station kosten wird. Aber grundsätzlich denke ich, für eine Outdoor-Verwendung durchaus geeignet. Das war es dann auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, unten einfach auf den Like-Button klicken, einen Kommentar hinterlassen. Wir würden uns freuen. Danke, ciao, servus, kürt euch, baba.